Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit der Xbox auf YouTube, Twitch und Mixer gleichzeitig streamen könnt. Und was ihr dafür benötigt, zeige ich euch gleich. Ihr benötigt zuallererst ein PC oder eben ein Handy, das geht auch. Ihr müsst einfach nur den Browser öffnen und auf eine bestimmte Website gehen, die ich euch gleich zeigen werde. Dann benötigt ihr natürlich auch einen Mixer-Account und wenn ihr auf Twitch streamen wollt, eben ein Twitch-Account bzw. wenn ihr auf YouTube streamen wollt, einen YouTube-Account. Und jetzt gehen wir zu der Website, die wir eben benötigen, um auf YouTube bzw. Twitch zu streamen. Das ist folgende Webpage. Könnt ihr euch jetzt mal parallel in den Browser eintippen. Und wenn wir das haben, gehen wir natürlich da hin. So sieht die Startseite aus von den ExoZone Devs. Die sind ziemlich nett. Wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr die über Twitter anschreiben und die helfen euch dann. Hier rechts an der Seite sehen wir direkt Login with Mixer. Das machen wir doch direkt mal. Dann Login with Mixer. Und dann loggt man sich ein, gibt eben die ganzen Credentials ein. Ich bin eingeloggt als 0cola89. Das ist mein Mixer-Account. Das passt. Und diese Stream-Keys finden wir ganz normal entweder auf Twitch bzw. YouTube. Dann geben wir diese hier ein. Und eben so. Einfach nur als Beispiel. Wichtig ist, wenn ihr es jetzt einmal machen wollt oder die Keys eben nicht speichern wollt, wie so auch immer. Dann lasst ihr den Haken weg. Ansonsten würde ich euch empfehlen, macht den Haken rein, wenn ihr das immer wieder machen wollt. Und sobald ich jetzt live gehen würde mit der Xbox, jetzt habe ich auf der Xbox einen Stream gestartet. Jetzt dürfte das hier nicht mehr lange dauern, bis ihr erkennt, hey, ich bin jetzt wirklich online. Wir können gleichzeitig mal hier hingehen, wirklich auf meinen Account und schauen, wann ich denn online bin. Beziehungsweise wann er sich denn meldet. Man sieht hier, Clicker Heroes, gehe ich wieder zurück und schwupp, ready to go. Und wenn ich jetzt auf Start klicke, dann streame ich im Prinzip auf YouTube und auf Twitch. Das Ganze machen wir jetzt mal. Und wir sehen jetzt, Starting. Und hier unten, wenn es grün kommt, dann heißt es, jo, das passt. Jetzt wechsle ich einfach mal auf Twitch, um zu sehen, wird das Ganze jetzt übertragen. Hier bin ich, Twitch TV, ZeroCola 89. Und wir sehen, ah, okay, jetzt kommt erst mal Werbung. So, jetzt habe ich mal die Werbung einfach weggecuttet. Und wir sehen, ich bin jetzt wirklich ingame. Wenn ich jetzt auf Twitch gehe, da sehen wir, es läuft eins zu eins der gleiche Stream. Und genau das funktioniert eben auf YouTube. Und so habt ihr sogar die Möglichkeit, über Mixer direkt auf YouTube zu streamen. Gerade wenn ihr sagt, Mixer gefällt mir eh nicht, aber ich habe eh keine andere Möglichkeit, auf der Xbox auf YouTube zu streamen, dann benutzt ihr eben das. Und so funktioniert das Ganze. Wollt ihr sowieso nur auf YouTube streamen, könnt ihr im Prinzip einfach Mixer dafür benutzen, auf YouTube zu streamen, indem ihr auf diese Website geht und eben den Stream Key eingebt. Denn eine andere Möglichkeit habt ihr aktuell nicht direkt von der Xbox zu streamen. Von daher ist es eigentlich wirklich eine schöne Lösung, über diese Website das Ganze zu restreamen. Und der große Vorteil ist einfach, ihr könnt euch voll und ganz auf eine Streaming Plattform konzentrieren und benutzt Mixer einfach nur als Zwischenlösung, um die ganzen Sachen rüber zu streamen. Oder eben um die Reichweite zu erhöhen, so könnt ihr sogar auf drei Plattformen gleichzeitig streamen und ihr streamt immer mit der gleichen Bandbreite. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen und von daher sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.